Wir sind hier heute beim Shopswist3 in Landeck, in Bernet und heute teste ich mal das neue Aber Westmark 12-13 aus. Schauen wir mal, wie es im Park funktioniert. Kommt einfach mal mit. Wir sind hier im Park. Wir sind hier im Park. Wir haben hier gerade den Bauder Kicker gebaut und ich bin jetzt in Abba Derby Rail 2013 unterwegs. Ich hoffe, wir haben eine geile Session. Checkt das aus. Bis zum nächsten Mal.